Die Formel Kraft ist Masse mal Beschleunigung erkläre ich am Fahrradbeispiel. Die Ampel ist rot und ich werde schneller, also Geschwindigkeit ist erst 0 und dann irgendwann 6 m pro Sekunde. Welche Kraft brauche ich? Also mit Fahrrad habe ich eine Masse von 80 kg. Die Beschleunigung ist hier 2 m durch Sekunde Quadrat. Damit F ist Masse mal Beschleunigung, 80 kg mal 2 m durch Sekunde Quadrat. Da habe ich hier F gleich 160 und die Einheit ist N für Newton fertig. Allerdings ist das die Kraft von Hinterreifen auf Straße. Also die Kraft in den Beinen ist wieder eine andere. Das Fahrrad ist ein ziemlich toller Kraftwandler, aber es ist ein anderes Thema. Jetzt gehe ich aber auf den anderen Fall, wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit dahinfahre, mit immer gleichbleibenden 22 km pro Stunde, dann habe ich ja eine Beschleunigung von 0 m durch Sekunde Quadrat und damit ist auch die Kraft 0 Newton. Das scheint dem zu widersprechen, was man so erlebt. Und das liegt daran, dass die, hätte ich keine Reibung, also wenn jetzt F Reibung gleich 0 wäre, so Luftkissen mäßig, dann könnte ich wirklich einmal losschubsen und würde immer so dahin fahren. In der Praxis muss ich aber doch treten, aber ich muss nur gegen die Reibung antreten. Ich muss nicht mit meiner Kraft für eine Beschleunigung sorgen. Und diese zwei Sachen, die muss man eben hier trennen. Also die beschleunigende Kraft ist 0, aber die gegen Reibung antretende Kraft hängt vom Wind ab und von meinem Fahrrad und allem. Genau, die kommt jetzt hier, diese gegen Reibung antretende Kraft, kommt auch beim Beschleunigen dazu, wird bei den meisten Aufgaben weggelassen, weil die Nährungsweise ist ja nicht groß. Und das ist ja nicht groß.